Hey Freunde, gleich geht es los mit dem Dudes-Dream auf twitch.tv slash zockerdudes oder bei unserer neuen Adresse zockerdudes.tv.de, da könnt ihr einschalten und direkt in unserem Livestream reinschalten. Wir machen heute ein paar Packs auf, wir spielen ein paar Matches und ja, ich hoffe, ihr werdet dabei sein. Schaltet also ein, bis gleich!